Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 3. Februar. Gut, wir beginnen am heutigen Freitag mit dem S&P 500 im hier vorliegenden Wochenchart. Wir sind mit einer sehr bullischen Wochenkerze unterwegs. Wir haben noch den heutigen Freitag, wir werden sehen, wie sich der S&P 500 dann noch verhält, ob es dann doch noch zu einem Kursrückgang kommt oder ob die Aufwärtsdynamik der Vortage dann einfach weiter fortgesetzt wird und wir dann direkt hier die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke anlaufen bzw. dann auch direkt nach oben überschreiten können. In diesem Fall würde ein langfristiges bullisches Signal generiert werden und die nächste Anlaufmarke wäre dann kurzfristig hier der obere Fibonacci-Fächer im Wochenchart im Bereich von ungefähr 4.400 Punkten. Solange wir dann über der Ichimoku-Wolke im Wochenchart bleiben, ist dann eher langfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Sollte es doch zu einem Rücklauf kommen, dann wäre zunächst nur ein Rückgang hier zum 50er EMA der dunkelblauen Linie zu erwarten, die aktuell bei 4.021 Punkten notiert. Zudem stehen wir hier kurz vor einem bullischen Durchbruch des 10er EMAs der hellblauen Linie über die dunkelblaue Linie über den 50er EMA, was ein weiteres Long-Signal generieren würde. Wir machen dann weiter mit dem DAX im hier vorliegenden Tageschart. Da konnten wir am Vortrag kräftig ansteigen. Wir sind zunächst mit einem Gap-Up in den Handel gestartet bei 15.275 Punkten und konnten einen weiteren Tagesverlauf dann hochziehen bis 15.520 Punkte. Hier dann das Tageshoch erreichen. In der Folge sind wir wieder etwas zurückgekommen bis 15.509 Punkte. Vorbürstlich notieren wir am heutigen Freitag im Bereich von 15.440 Punkten erneut tiefer und dürften somit hier zunächst einmal an dieser oberen Trennkanalbegrenzung nach unten abprallen. Wir werden sehen, ob es nun hier in diesem Bereich zu einem nachhaltigen Abprall nach unten kommt und wir dann zunächst hier höchstwahrscheinlich das noch auf eine Gap vom Vortag, von der Vortageseröffnung schließen werden. Höchstwahrscheinlich werden wir aber dann bei einer möglichen Korrektur nicht mehr den Bereich hier von 15.150 Punkte nachhaltig nach unten durchbrechen, sondern bereits vorher wieder nach oben abdrehen und dann die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen und dann erneut Kurs nehmen auf die obere Trennkanalbegrenzung. Sollte es direkt weiter höher gehen, dann würde sich die nächste Anlaufmarke bei 15.550 Punkte sowie dann bei 15.600 Punkten befinden. Gut, und dann kommen wir zu den Markierungslinien vom Vortag. Da lag der Long-Bereich zwischen 15.050 und 15.100 Punkte, hier etwas unter dem 10er EMA und der Short-Bereich dann zwischen 15.350 und 15.400 Punkten. Wir sind dann direkt mit einem Gap-Up in den Handel gestartet und konnten die Aufwärtsdynamik dann weiter erhöhen, sind dann letztendlich zunächst im Bereich von 15.400 Punkten wieder nach unten abgeprallt und wieder zurückgekommen, in der Folge dann erneut angestiegen und dann kam es hier zu dem Durchbruch über den Bereich von 15.400 Punkte und einem weiteren Hochlauf dann zur Marke von 15.500 Punkten. Für den heutigen Freitag werde ich zunächst keine Long- und Short-Bereiche nennen. Möglicherweise könnten sich Short-Positionen im oberen Trennkanalbereich anbieten, das gerade gezeigten Tagesschart im DAX ungefähr im Bereich von 15.500 bis 15.550 Punkte. Allerdings ist die Aufwärtsdynamik aktuell so hoch, dass Short-Positionen dann auch eng abgesichert werden sollten. Long-Positionen würden sich dann erst wieder anbieten, sobald es dann zu einer nachhaltigen Korrektur kommt, möglicherweise dann erst im Bereich hier um den 10er EMA. Gut, und damit wären wir dann auch wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Freitag. Ich melde mich dann wieder am Montag mit dem ING Markets Morning Call und dem ING Markets Chart-Flash. Ich wünsche Ihnen ein erhösames Wochenende und viel Erfolg noch im heutigen Trading. Vielen Dank.